Wichtig der Satz die Schule Wichtige Sätze in der Schule Die Frage Eine Frage haben Ich habe eine Frage Können Ich kann Du kannst Er kann Sie kann Wir können Ihr könnt Sie können Helfen Können Sie mir helfen? Der Klassenraum Dieser Klassenraum Wo ist dieser Klassenraum? Die Toilette Zur Toilette gehen Können Dürfen Ich darf Du darfst Er darf Wir dürfen Wir dürfen Ihr dürft Sie dürfen Darf ich zur Toilette gehen? Wo ist die Toilette? Ich habe Ich habe Ich habe Ich habe Kopfschmerzen Ich habe Bauchschmerzen Nach Hause gehen Darf ich nach Hause gehen? Ich habe